Mein Jahr mit dir von Julia Whelan. Die 24-jährige Amerikanerin Ella Duren steht vor einer großen politischen Karriere. Was sie anpackt, gelingt. Und so ist es kein Wunder, dass sie eines der wenigen Stipendien für Oxford ergattert. Aber das Leben hat andere Pläne mit Ella. Gerade an der Universität angekommen, stößt sie mit dem arroganten Jamie Davenport zusammen, der zu allem Übel auch noch ihren Literaturkurs leitet. Als Jamie und Ella eines Abends gemeinsam in einem Pub landen, kommen sie sich näher als geplant. Und obwohl Ella sich dagegen wehrt, entspinnt sich eine intensive, leidenschaftliche Romanze zwischen ihnen. Und Ella spürt, dass sie sich in Jamie verlieben wird. Doch bald stellt sie durch einen Zufall fest, dass Jamie nicht etwa ein unzuverlässiger Frauenheld ist, sondern er ein tragisches Geheimnis mit sich herumträgt. Deshalb entzieht sich Jamie Ella immer wieder. Die Liebe wird sie vor die größte Entscheidung ihres Lebens stellen. Man kann sein Leben planen, aber nicht seine große Liebe. Jetzt erhältlich in deiner Hugendubel-Buchhandlung und auf hugendubel.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017